Weißt du, welcher der stärkste Muskel in deinem Körper ist? Ich sag mal so, Bizeps und Trizeps können einpacken. Es ist der Kaumuskel. Der hat eine Beißkraft von 80 Kilogramm. Und das ganz ohne Training. Damit ist er stärker als der Kaumuskel von einem Wolf. Der schafft nämlich nur eine Beißkraft von 60 Kilogramm. Genau genommen hast du sogar vier Kaumuskeln, die das Kiefergelenk bewegen. Dein Kiefer geht nicht nur auf und zu, sondern ist auch nach rechts und links flexibel. Die aktivsten Muskeln in unserem Körper sitzen aber im Auge. Die bewegen sich alle paar Sekunden, auch wenn wir nur faul auf dem Sofa rumliegen. Und im Auge ist auch der schnellste Muskel. Und das aus gutem Grund. Der muss sich blitzschnell zusammenziehen, um das Auge vor Fremdkörpern zu schützen. Gut zu wissen, oder? Folg uns für mehr!